Und jetzt kommen wir zum großen Finale von der Mini-Playwerk-Show und da gibt es natürlich immer ein tolles Lied. Gehört ne Menge Mut, also bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Tina Turner zittert, Michael Jackson, David Bluff, denn dann geht der Vorhang auf für unsere Superstars. Kinder bringen tolle Action in der Mini-Playwerk-Show. Kleine kommen ganz groß raus in der Mini-Playwerk-Show. Alle waren Sieger, auch wenn einer nur gewinnen kann. Hallo, aber hallo, hier kommt jeder, der was kann. Auf, dran! Ja, meine Damen und Herren, und das war die Mini-Playwerk-Show für heute mit fünf super Beiträgen. Ich hätte heute nicht gerne in die Jury gesessen, aber diese drei super charmanten Damen haben es wunderbar gemacht. Ich danke Dunja Reiter, Linda de Mol, die wir wieder im Dezember sehen wollen, werden bei RTL. Und Rosanna Rutschi, herzlichen Dank. Und natürlich herzlichen Dank an unsere fünf Superstars von heute. Ihr wart alle riesig. Und das Kinderballett von Lucia Martas. Dankeschön! Dankeschön! Wer ist Jennifer Nelson? Ich weiß nicht. Ja, wer ist nun Jennifer Nelson? Marta Harry? Eine Wassernixe? Oder gut durchgeschüttelt von allem etwas? Doris Day und Rod Taylor, Spion in Spitzenhöschen, Freitag, 20.15 Uhr bei RTL+. Wir lassen die Wirklichkeit erzählen, jetzt in Notruf bei RTL+. Wirklichkeit. 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 Vielen Dank.